Was ist eigentlich Patrick das, was Sie am meisten schätzen an Mike? Ja, dass er eben anders ist und dass wir offen und ehrlich zueinander sind und dass wir uns austauschen. Das setzt sich eigentlich extrem auf. Was nervt ihn am kleinen Bruder? Ja, nervt er mich eigentlich. Ich weiss nicht was. Das darf man auch nicht öffentlich sagen. Wie sieht es so aus, wenn der Grossbruder vor ihm steht? Was ich sehr schätze, ist, dass er viel der analytischer ist als ich. Ich bin eher der Bauchmensch und wenn man nur zum Bauch hinaus entscheidet, dann kann das manchmal gefährlich sein. Aber ich glaube, wir ergänzen uns wirklich sehr gut, was das betrifft. Und ja, das schätze ich eigentlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.